Willkommen zu unserem ultimativen Vergleich der besten Gartengerätehäuser. Wir suchen nach der perfekten Lösung, um Ihre Gartengeräte sicher und stilvoll zu verstauen, dann sind Sie hier genau richtig. In diesem Video stellen wir Ihnen die Top-Gerätehäuser vor, die nicht nur funktional, sondern auch echte Hingucker in Ihrem Garten sind. Bleiben Sie dran, denn die Nummer 1 wird Sie überraschen. Wer auf der Suche nach einem modernen, funktionalen und gleichzeitig stilvollen Gerätehaus für den Garten ist, sollte sich das Cater Artisan 11 x 7 genauer ansehen. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die vielen Vorteile, die dieses Gartenhaus bietet und warum es eine interessante Wahl für jeden Gartenliebhaber sein kann. Mit seinen großzügigen Maßen von 342 x 218 x 226 cm bietet das Cater Artisan 11 x 7 nur viel Stauraum, sondern auch eine beeindruckende Raumhöhe, die selbst großen Gartengeräten Platz bietet. Ein besonderes Highlight des Cater Artisan ist die innovative Duotech-Technologie. Diese sorgt nicht nur dafür, dass das Gerätehaus extrem robust und wetterfest ist, sondern auch, dass es eine natürliche Holzoptik hat, die dem Gartenhaus einen eleganten Look verleiht. Die Wände sind streichbar und individuell gestaltbar. Was dem Ganzen eine persönliche Note verleiht. Hinzu kommen die großen Doppeltüren und die Fenster, die für viel Tageslicht im Inneren sorgen und das Ein- und Ausräumen von Geräten erleichtern. Ein weiterer großer Vorteil dieses Gartenhauses ist die einfache Montage. Dank der vorgefertigten Nut- und Federplatten ist der Aufbau relativ unkompliziert und kann auch von weniger erfahrenen Heimwerkern bewältigt werden. Die stabile Konstruktion mit Stahlverstärkungen macht das Cater Artisan besonders langlebig und widerstandsfähig gegen Wind und Wetter. Besonders erwähnenswert ist auch der robuste Boden, der selbst schweren Maschinenstand hält. Insgesamt überzeugt das Cater Artisan 11. Mai 7 Gerätehaus durch seine gelungene Kombination aus Funktionalität, Design und Langlebigkeit. Es ist die perfekte Wahl für alle, die eine stilvolle, aber dennoch praktische Lösung für die Aufbewahrung im Garten suchen. Mit seiner robusten Bauweise und den vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten bietet dieses Gartenhaus ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist eine lohnenswerte Investition für jeden Garten. Willkommen zu einem weiteren spannenden Produkttest. Heute dreht sich alles um das Juskeys Metall Gerätehaus XXL. Wenn du nach einer robusten und zuverlässigen Lösung suchst, um deine Gartengeräte und Outdoor-Ausrüstung sicher aufzubewahren, dann ist dieses XXL Gerätehaus definitiv einen genaueren Blick wert. Lasst uns gemeinsam herausfinden, was dieses Modell zu bieten hat und ob es wirklich hält, was es verspricht. Beginnen wir mit der Konstruktion und den Materialien. Das Gerätehaus besteht aus feuerverzinktem Stahlblech, das nicht nur wetterfest, sondern auch extrem langlebig ist. Besonders hervorzuheben ist das Satteldach, das nicht nur für eine verbesserte Stabilität sorgt, sondern auch das Regenwasser effizient ableitet. Mit einer Größe von 277,319 x 192 cm bietet das Gerätehaus satte 15 mm Stauraum. Genügend Platz für all deine Gartenutensilien. Ein großer Vorteil dieses Schuppens ist die Doppelschiebetür. Sie ermöglicht einen einfachen Zugang selbst bei Schnee und die breite Öffnung von 96 x 152 cm bietet ausreichend Platz, um auch sperrige Gegenstände problemlos zu verstauen. Die integrierten Belüftungsöffnungen sorgen für eine gute Luftzirkulation und verhindern Kondenswasserbildung, was Schimmel und unangenehme Gerüche effektiv vorbeugt. Wenn du auf der Suche nach einem langlebigen, gut durchdachten und geräumigen Gerätehaus bist, dann ist das Juskis Metall Gerätehaus XXL eine hervorragende Wahl. Wenn man nach einem robusten und wetterfesten Gartenhaus sucht, ist das Cater Gerätehaus Oakland Allen für 75 definitiv eine Überlegung wert. In diesem Video wird das Gartenhaus genauer unter die Lupe genommen, um zu prüfen, ob es die hohen Erwartungen, die an ein Produkt dieser Preisklasse gestellt werden, erfüllen kann. Mit einer beeindruckenden Größe von 50,3 Millikörper und den Außenmaßen von 350 x 230 x 253 cm bietet es ausreichend Platz für alle Gartengeräte und mehr. Besonders hervorzuheben ist die doppelwandige Bauweise mit Stahlverstärkung, die dem Haus eine bemerkenswerte Stabilität verleiht. Die Duotech-Struktur dieses Cater Gerätehauses kombiniert die Optik von Holz mit der Langlebigkeit von Kunststoff. Ein echtes Highlight für alle, die Wert auf Ästhetik und Pflegeleichtigkeit legen. Das Haus ist nicht nur wetterfest, sondern auch individuell gestaltbar. Die Wände können gestrichen und gebohrt werden, was es ermöglicht, das Haus nach eigenen Vorstellungen zu personalisieren. Wir präsentieren Duotech von Cater. Ein wegweisendes Material basierend auf innovativer Technologie und intelligenter Entwicklung. Duotech-Gartenprodukte bieten ein natürliches Erscheinungsbild. Sie sind robust, stabil, leicht zu montieren und resistent gegen alle Witterungsbedingungen. Duotech-Produkte lassen sich einfach anmalen, anpassen, auch wenn das Haus grundlegende Sicherheitsmerkmale wie eine verschließbare Doppelzüchse ist, ist ein Schloss im Lieferung kann nicht enthalten, wo sie separat erworben werden. Insgesamt bietet das Kita-Gerätehaus Rofland Elnger 75 eine solide Kombination aus Funktionalität, Design und Langlebigkeit. Es ist nahezu wartungsfrei und bietet einen flexiblen Raum, der sowohl als Lager- als auch als Hobbyraum genutzt werden kann. Wer also eine langfristige Lösung für die Aufbewahrung im Garten sucht, sollte dieses Gartenhaus definitiv in Betracht ziehen. Es vereint Qualität mit einem eleganten Design, das sowohl praktisch als auch optisch ansprechend ist. Das waren unsere Top-Empfehlungen der besten Gartengerätehäuser. Egal, ob Sie viel Platz brauchen oder einfach nur eine stilvolle Lösung suchen, hier ist für jeden etwas dabei. Welches Modell hat Sie am meisten überzeugt? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine weiteren spannenden Gartentipps zu verpassen. Vielen Dank.